Wir, das deutsche Volk, haben uns in dem Bewusstsein unserer Verantwortung, dem Frieden der Welt zu dienen. Dem Frieden, dem Frieden, dem Frieden, dem Frieden, Kraft unserer verfassungsgebenden Gewalt dieses Grundgesetz gegeben. Gegen jeden, der es unternimmt, diese Ordnung zu beseitigen, haben alle Deutschen das Recht zum Widerstand. Die Freiheit des Glaubens, des Gewissens und die Freiheit des religiösen und weltanschaulichen Bekenntnisses sind unverletzlich. BRD.de, BRD.de, die Bundesrepublik Deutschland ist ein Demokratischer und sozialer Bundesstaat. BRD.de, die deutsche Staatsangehörigkeit darf nicht entzogen werden. Politisch Verfolgte genießen Asylrecht. Wir sind alle Deutsche.